Es war der erste Sonntag im März und wie an jedem ersten Sonntag im Monat fand auch diesmal das übliche Familienessen im Hause Hartley statt. Kate Wilson hatte sich zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Lynn eingefunden und beide saßen gemeinsam mit ihren Eltern am Esstisch im Wohnzimmer. Während sich alle schweigend mit ihren Tellern beschäftigten, ließ Kate ihren Blick durch den Raum schweifen und stellte wie so oft fröstelnd fest, dass sich hier seit ihrer Kindheit nichts verändert hatte. Das ganze Wohnzimmer wirkte leblos und steril, wie auf einem Foto aus einem Möbelkatalog. Die beiden Sessel, die das mit grünem Chins bezogene Sofa flankierten, waren genau in einem Winkel von 90 Grad dazu ausgerichtet. Die farblich abgestimmten Cocktailkissen lehnten in den Ecken der Sitzmöbel, allesamt mittels Handkantenschlag in Form gebracht. Auf dem Couchtisch, der exakt mittig dazwischen platziert war, lag nichts außer einem gehegelten Zierdeckchen, auf dem, ebenfalls in der Mitte, eine Vase mit einem Trockenblumenstrauß stand. Die hölzerne Tischplatte war so blankpoliert, dass man sich darin spiegeln konnte, ebenso wie die Oberflächen der Kommode und des Bücherregals. Am Fenster hingen schneeweiße Gardinen, deren akkurate Falten alle denselben Abstand hatten, als hätte sie jemand akribisch mit einem Lineal ausgemessen. Der Kamin sah aus wie neu, außer direkt um das leise knisternde Feuer herum, war kein Hauch von Ruß oder Asche zu entdecken. Das Kaminbesteck aus Edelstahl glänzte mit der gläsernen Bodenschutzplatte um die Wette. Das ganze Zimmer war blitzblank, nirgends lag ein Stäubchen, selbst der Fußboden war trotz des regnerischen Wetters so sauber, dass man ohne Bedenken von ihm hätte essen können. So unterkühlt wie der Raum war auch die Atmosphäre bei Tisch. Daran konnten weder der aromatische Duft der Speisen noch das behagliche Kaminfeuer etwas ändern. Das Essen war wie immer köstlich, Mom, lobte Kate, um die frostige Stimmung wenigstens ein bisschen aufzulockern. Sie spießte das letzte Stück des Rinderbratens von ihrem Teller auf, schob es sich in den Mund und gab einen genüsslichen Laut von sich. Mh, einfach lecker. Was gibt es zum Nachttisch, wollte Lynn wissen. Elisabeth Hartley verzog die Lippen zu einem säuerlichen Lächeln, das ihre ganze Enttäuschung zum Ausdruck brachte. Ich habe eine Snickers-Cheesecake gemacht. Extra für Brian, er isst sie doch so gerne. Ihr Ton war vorwurfsvoll und Kate, die schon im Vorfeld geahnt hatte, dass das Essen keineswegs harmonisch verlaufen würde, zwang sich nicht, die Augen zu verdrehen. Du wusstest, dass Brian das Wochenende bei Connor verbringt. Und du wusstest, dass heute unser Familienessen stattfindet, erwiderte Elisabeth pikiert. Ja, aber wir haben nun mal eine Besuchszeitenregelung und ich hatte keine Lust, mit Connor über einen Tausch zu diskutieren. Das wäre auch nicht nötig, wenn du endlich zur Besinnung kommen würdest. Kate unterdrückte ein Stöhnen. Seit drei Jahren war sie jetzt von Connor geschieden und ihre Eltern konnten noch immer nicht verstehen, weshalb sie sich von ihm getrennt hatte. Bei jedem Treffen lagen sie ihr mit diesem Thema in den Ohren und Sätze wie, was sollen nur die Leute von uns denken, bis hin zu, er ist doch schließlich Brians Vater, gehörten zum üblichen Repertoire. Sie griff nach der Serviette und wischte sich den Mund ab. Die Trennung ist jetzt drei Jahre her, wieso sollte ich meine Entscheidung plötzlich rückgängig machen? Ihr wart doch so verliebt ineinander. Ja, bis ich herausgefunden habe, dass er mich mit allem betrügt, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Verständnislos schüttelte Elisabeth den Kopf. Er ist nun mal ein Mann und die haben eben gewisse Bedürfnisse. Kate biss sich auf die Lippe und schwieg. Es hatte keinen Sinn, noch etwas zu sagen. Ihre Eltern beharrten darauf, dass sie über Connors kleinen Fehltritt hätte hinwegsehen sollen. Sie hatten nach wie vor Kontakt zu ihm und da er selbst immer wieder beteuerte, wie leid ihm alles täte, lag es für sie klar auf der Hand, dass Kate die Schuldige war. Eine Familie gehört zusammen, lamentierte ihre Mutter weiter. Abgesehen davon, dass Brian seinen Vater braucht, wäre es für dich doch auch vorteilhaft, dich wieder mit Connors zu versöhnen. Er ist ein wohlhabender Mann und du hattest es doch so gut an seiner Seite, im Gegensatz zu dem kerklichen Leben, das du jetzt führst. Ich bin zufrieden. Für andere Leute, die Steuererklärungen machen, überging Elisabeth Kates Einwand. Das ist doch kein vernünftiger Beruf. Doch das ist es. Immerhin verdiene ich damit meinen Lebensunterhalt. Was offenbar nicht funktioniert, sonst wärest du nicht in finanziellen Schwierigkeiten. Ich bin nicht in Schwierigkeiten. Brian hat gesagt, ihr müsstet sparen. Ja, es ist im Moment etwas knapper als sonst, gab Kate widerwillig zu und verfluchte sich insgeheim, dass sie ihrem Sohn von dem Engpass erzählt und ihm erklärt hatte, sie müssten sich das Geld ein wenig mehr einteilen. Elisabeth nickte triumphierend. Na bitte, da haben wir es doch. Diese Probleme hättest du nicht, wenn du wieder zu Conor zurückkehren würdest. Deine Mutter hat völlig recht, mischte sich Arthur Hartley ein, der sich bis dahin schweigend seinem Essen gewidmet hatte. Wir können deinen Lebenswandel nicht gutheißen. Du solltest dich um Mann und Kinder kümmern, anstatt um fremde Leute Papierkram und Finanzen. Kate unterdrückte einen resignierten Seufzer und erhob sich. Ich muss los. Ja, es wird langsam Zeit, pflichtete Lynn ihr bei und stand ebenfalls auf. Aber was ist denn mit dem Nachtisch, fragte Elisabeth indigniert. Ein paar Minuten werdet ihr doch wohl noch bleiben können. Ich weiß nicht genau, wann Conor Brian zurückbringt und möchte zu Hause sein, wenn sie kommen, erklärte Kate, während sie, gefolgt von Lynn, die Garderobe ansteuerte und sich ihre Jacke anzog. Ihre Mutter schnaubte missbilligend. Das ist wieder so typisch für dich. Du hättest eine Uhrzeit vereinbaren sollen, dann müsstest du jetzt nicht so überhastet aufbrechen und uns hier einfach sitzen lassen. Tut mir leid, murmelte Kate und wickelte sich ihren Schal um den Hals. Danke für das Essen. Um jeden weiteren Widerspruch im Keim zu ersticken, drückte sie zuerst ihrer Mutter, dann ihrem Vater einen raschen Kuss auf die Wange. Lynn tat das Gleiche, danach verließen die beiden Schwestern gemeinsam das Haus. Puh, das war mal wieder ein gruseliges Familienessen, stieß Lynn hervor, als sie und Kate zusammen unter einen Regenschirm gedrängt wenig später in Richtung Main Street gingen. Du hast gut reden, Kleine, sagte Kate trocken. Auf dir hacken sie schließlich nicht die ganze Zeit herum. Irgendwie schaffst du es immer, bei Mom und Dad wie ein Engel dazustehen, obwohl wir doch beide wissen, dass du es faustdick hinter den Ohren hast. Lynn grinste. Ja, die Unschuldsnummer habe ich wirklich perfekt drauf. Aber abgesehen davon lässt du dir von ihnen auch viel zu viel gefallen. Mich wundert immer wieder, dass du so ruhig bleiben kannst. Was soll ich denn noch sagen? Kate zuckte mit den Schultern. Sie sind auf Connors Seite und das wird sich wohl auch nie ändern. Er ist nun mal ein Mann und die haben eben gewisse Bedürfnisse, imitierte Lynn ihre Mutter mit neselnder Stimme und schüttelte den Kopf. Ich frage mich, ob sie genauso verständnisvoll wäre, wenn Dad alles flachlegen würde, was Brüste hat und einen Rock trägt. Bah, das will ich mir gar nicht vorstellen. Themawechsel. Kommst du noch mit zu mir? Es wird bestimmt eine Weile dauern, bis Connor und Brian da sind und ich habe noch einen großen Eimer Ben und Jerrys da. Lynn war einverstanden und so überquerten sie die Hauptstraße, bogen in die Walnut Street ein und erreichten wenig später das kleine Haus, welches Kate zusammen mit ihrem Sohn bewohnte. Kate's Heim war das genaue Gegenteil des klinisch wirkenden Domizils ihrer Eltern. Ein bunter Läufer auf den ausgetretenen Holzdielen wies den Weg vom Windfang zum Wohnbereich. Das breite Sofa mit geblümtem Überwurf und unzähligen, wahllos verteilten Kissen wurde von zwei nicht zueinander passenden Sesseln flankiert. In der Mitte befand sich ein ovaler Couchtisch. Darauf standen eine Schale mit Obst, eine Flasche Wasser und ein Glas. Daneben lagen einige Finanzzeitschriften sowie ein Notizblock mit Kugelschreiber. Die Sitzmöbel waren so vor einem gemauerten Kamin gruppiert, dass man von jedem Platz aus bequem auf den Fernseher schauen konnte. Das Gerät stand auf einer Kommode, welche als Raumteiler zwischen dem Wohnbereich und der offenen Küche fungierte. Auf dem Schreibtisch, der an der Rückseite des Windfangs platziert war, lagen etliche Papierstapel. Der Stuhl davor war ein hölzernes Ungetüm, das aus einem längst vergangenen Jahrhundert zu stammen schien. Wenig später hatte Kate ein Feuer entfacht und die beiden Frauen machten es sich auf dem Sofa bequem. Sie löffelten abwechselnd Schokoladeneis aus einem Becher, aßen Cookies, tranken Kaffee und plauderten bis am frühen Abend draußen ein Wagenvorfuhr. Kate drückte ihre Schwester den Behälter mit dem Eis in die Hand. Das werden Connor und Brian sein. Soll ich öffnen und Meister Popper abwimmeln, bot Lynn an. Nein, lass nur, ich gehe schon, Kate erhob sich. Und du sollst Connor nicht immer Meister Popper nennen. Irgendwann wird Brian das hören. Kaum hatte sie ausgesprochen, da flog die Haustür auf und ihr Sohn stürmte herein. Mom! Freude strahlend fiel er ihr um den Hals. Ich hab dich vermisst! Sie drückte ihn an sich und stellte wieder einmal fest, wie groß er für seine neun Jahre schon war. Liebevoll strich sie ihm eine dunkle Locke aus der Stirn. Ich dich auch, mein Schatz. Über Brians Schulter hinweg nickte sie dem blonden Mann zu, der in der Tür stand. Hallo, Connor. Er lächelte jovial. Hi, Kate, schön, dich zu sehen. Und wie war die Geburtstagsfeier, wandte sie sich wieder Brian zu. Ganz okay, erklärte der Kleine mit einem verlegenen Blick zu seinem Vater. Kate runzelte die Stirn. Das hört sich nicht sehr begeistert an. Wir waren den ganzen Tag im Country Club und da gab es nur alte Leute, berichtete Brian hörbar frustriert. Außerdem war alles stinkvornehmen und ich musste mich die ganze Zeit benehmen. Das ist jetzt aber sehr unhöflich von dir, mahnte Kate ihn, obwohl sie sich genau vorstellen konnte, wie der Geburtstag ihrer Schwiegermutter abgelaufen war. Du solltest dich freuen, dass du mitfeiern durftest. Ja, tue ich ja auch. Brians gequälte Miene verwandelte sich in ein Strahlen. Dafür habe ich von Dad ein neues Smartphone bekommen. Kann ich zu Pete rübergehen und es ihm zeigen? Na schön, Kate nickte. Aber nur für eine Stunde. Es ist schon spät und es gibt bald Abendessen. Brian flitzte davon und sobald er außer Hörweite war, warf sie Connor einen vorwurfsvollen Blick zu. Was soll das? Warum überschüttest du ihn ständig mit teuren Geschenken? Bald ist Ostern und in ein paar Wochen hat er auch schon wieder Geburtstag. Hättest du mit dem Handy nicht bis dahin warten können? Wenn ich meinen Sohn schon nicht ständig bei mir haben kann, möchte ich ihn wenigstens verwöhnen. Du kannst dir das ja finanziell nicht erlauben. Und wo wir gerade beim Thema sind. Hast du inzwischen einen Job gefunden? Kate presste die Lippen zusammen und senkte wortlos den Kopf. Dachte ich es mir doch. Connor lehnte sich ein wenig nach vorne und hob den Zeigefinger. Hör zu, ich gebe dir noch vier Wochen Zeit für ein regelmäßiges Einkommen zu sorgen. Ansonsten hole ich Brian zu mir. Ich werde nicht zulassen, dass mein Sohn in Armut aufwächst. Das ist ja wohl stark übertrieben, setzte Kate an. Doch Connor ließ sie nicht ausreden. Weißt du, Katie-Line? Seine Stimme nahm einen süßlichen Ton an. Dieses Thema müssten wir gar nicht diskutieren, wenn du wieder zu mir zurückkommen würdest. Ich... Warum unterhalten wir uns nicht in Ruhe darüber? Vielleicht bei einer Tasse Kaffee? Ehe Kate widersprechen konnte, schob ihr Ex-Mann sich an ihr vorbei ins Haus. Du hast Besuch, stellte er enttäuscht fest, nachdem er das Wohnzimmer betreten hatte. Lynn warf ihm einen kalten Blick zu. Ja, und im Gegensatz zu dir wurde ich eingeladen. Also dann. Kate, die abwartend neben dem Windfang stehen geblieben war, machte eine auffordernde Handbewegung in Connors Richtung. Bis über nächste Woche. Und denkt dran. Ich habe einen Tauschgut. Connor verzog das Gesicht. Diese ganze Besuchsregelung ist der größte Schwachsinn. Brian und ich sollten viel mehr Zeit miteinander verbringen. Man merkt, dass ihm der Vater fehlt. Abwährend hob Kate die Hände. Nun fang nicht wieder damit an. Brian hat alles, was er braucht. Ja, das sehe ich, höhnte Connor. Du schaffst es mit Ach und Krach, euch über die Runden zu bringen. Und abgesehen von deinen finanziellen Problemen braucht Brian eine männliche Bezugsperson. Damit er lernt, sich durch sämtliche Betten zu vögeln, kam es trocken von der Couch. Connor kniff die Augen zusammen und warf Lynn einen bösen Blick zu. Wie wäre es, wenn du dich einfach um deine eigenen Angelegenheiten kümmerst? Kate gehört zu meinen Angelegenheiten und sie hat etwas Besseres verdient als dich. Mit einem gereizten Schnauben wandte Connor sich wieder Kate zu. Wir reden ein anderes Mal weiter. Und denk dran, du hast vier Wochen Zeit, um einen Job zu finden. Sonst beantrage ich das alleinige Sorgerecht. Du solltest jetzt gehen. Erneut deutete Kate mit der Hand in Richtung Eingangstür. Und dieses Mal kam Connor ihrer Aufforderung nach. Ich hole Brian wie geplant über nächsten Freitag ab, verkündete er noch, bevor er mit einem knappen Bei das Haus verließ. Kate schloss die Tür, stieß hörbar den Atem aus und ließ sich wieder neben ihrer Schwester auf das Sofa plumpsen. Musstest du ihn denn so provozieren? Sorry, aber bei seinem Verhalten kriege ich einen Hals. Ich auch, aber ich kann mir keinen Ärger mit ihm erlauben. Schon gar nicht, wo die Situation jetzt so angespannt ist und er mir dauernd mit dem Entzug des Sorgerechts droht. Das ist doch nur leeres Geschwätz. Lynn winkte ab. Er versucht, dich unter Druck zu setzen, damit du zu ihm zurückgehst. Weiter nichts. Ich will es nicht darauf ankommen lassen. Außerdem möchte ich Brian zuliebe nicht, dass die Situation weiter eskaliert. Connor ist trotz allem immer noch sein Vater. Lynn schwieg und eine ganze Weile war nichts zu hören, außer dem Knistern des Kaminfeuers und dem Prasseln des Regens auf dem Dach. Ich hätte ihn niemals heiraten dürfen, sagte Kate schließlich leise. Alle haben mich gewarnt, aber ich war so geblendet von seinem Aussehen und seinen Charme und stolz darauf, dass er sich überhaupt mit mir abgegeben hat. Es war nicht deine Schuld, Lynn schob sich ein Plätzchen in den Mund. Bedank dich bei unseren Eltern, sagte sie kauend. Sie sind dafür verantwortlich. Mom mit ihrem übertriebenen Putzfimmel und ihrem ständigen Genörgel. Dad, der sich lieber in seine Hobbywerkstatt im Keller verzogen hat, anstatt mal auf den Tisch zu hauen und ihr zu sagen, dass wir in einem Haus leben und nicht in einem Mausoleum. Und diese gefühlsmäßige Kälte. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Mom uns jemals in den Arm genommen hätte. Kein Wunder, dass du dich dem erstbesten Kerl an den Hals geworfen hast. Nachdenklich starrte Kate in die Flammen. Ich war so dumm. Dabei hätte ich sofort merken müssen, wie Connor tickt. Die ständigen Flirts mit anderen Frauen, seine Arroganz, seine Kontrollsucht, seine Großspurigkeit. Rückblickend gesehen hätte das alle Alarmglocken bei mir zum Läuten bringen müssen. Doch dann wurde ich schwanger und als er sich so sehr darüber freute und mir den Antrag machte, war ich glücklich. Bis er anfing, dich zu betrügen, kommentierte Lünd Roggen. Anfangs habe ich es gar nicht bemerkt oder vielleicht wollte ich es einfach nicht bemerken, erinnerte Kate sich. Dabei war es so offensichtlich. Er machte plötzlich öfter Überstunden, kam spät in der Nacht oder manchmal gar nicht nach Hause oder flog hin und wieder für mehrere Tage in eine der Großstädte. Ich glaubte ihm, wenn er von geschäftlichen Problemen, nächtlichen Telefonkonferenzen oder Tagungen sprach. Selbst als ich Kondome in einer seiner Anzughosen fand, war ich noch bereit, eine harmlose Erklärung dahinter zu vermuten. Vorwurfsvoll schüttelte Lynn den Kopf. Sechs Jahre lang. Und vermutlich hättest du noch länger Augen und Ohren verschlossen, wenn du ihn nicht in flagranti mit seiner Assistentin erwischt hättest. Gott, das war einer der schlimmsten Tage in meinem Leben. Kate stand auf und ging in die Küche hinüber, um noch einmal Kaffee aufzusetzen. Meine ganze Welt brach zusammen, fuhr sie fort, während sie die Maschine füllte. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich damals den Mut aufbrachte, direkt zum Anwalt zu gehen und die Scheidung einzureichen. Lynn, die ihr gefolgt war, lehnte sich gegen die Unterschränke. Ich werde nie vergessen, wie du mit Brian an einer und einem Koffer in der anderen Hand vor meiner Tür standest. Genauso wenig wie den Terror, den Meister Popper danach veranstaltet hat. Sein Gebettel, Gejammer, Geschrei, seine endlosen Versprechungen und seine Drohungen. Gut, dass du hart geblieben bist. Ja, und das, obwohl Mom und Dad sich auf seine Seite geschlagen und ihm den Rücken gestärkt haben. Mit verstellter Stimme armte Kate ihre Mutter nach. Eine Scheidung, das kannst du doch nicht machen. Was sollen denn die Leute denken? In normalem Tonfall fuhr sie fort. Mom hat sich für mich geschämt und Dad hat mir einen langen Vortrag über die Konsequenzen meiner Entscheidung gehalten. Er hat mich daran erinnert, dass mein Eheversprechen auch schlechte Zeiten beinhaltet und dass ich nicht wegen einer Kleinigkeit alles hinwerfen sollte. Sie haben sich bis heute nicht mit der Scheidung abgefunden, sonst würden sie nicht bei jedem Treffen auf diesem Thema herumhacken. Lynn seufzte. Ich sag's ja, du lässt dir viel zu viel gefallen. Mit einem leisen Zischen beendete die Kaffeemaschine ihre Arbeit und Kate füllte Kaffee in die Becher. Lynn hat recht, dachte sie dabei. Sie nahm entschieden zu viele Dinge kommentarlos hin, obwohl sie sich im Stillen darüber ärgerte. Im Alltagsleben konnte sie sich durchaus behaupten, aber sobald es um ihre Familie ging, war sie nicht fähig, sich durchzusetzen. Mit einem leisen Seufzen nippte sie an ihrem Kaffeebecher, wenn sie es doch nur schaffen würde, ihren Eltern und Connor endlich einmal die Stirn zu bieten. Vielen Dank. Vielen Dank.